Ach, die Nacht bricht über uns. Was für eine Vorstellung. Schnell hinlegen. Aha. Ich hatte irgendwie vorhin mitgekriegt, Werder ist weg. Und hatte bestimmt auch mitgekriegt, Werder ist wieder da. Aber das habe ich mental im Geiste nicht verarbeitet. So. So, weiter geht's auf der schweißtreibenden, Für mich schweißtreibenden Baustelle. So, und dann muss ich ja in der nächsten Nacht, Werde ich mal ein paar Skelette töten müssen. Weil, oder Creeper, Weil die doch jetzt in dieser Version auch so kleine Köpfe hinterlassen. Und da würde ich gerne einen so einen Kopf irgendwie unter die Säge legen. Tja, da nützt ja nix. Das nützt ja ernst nix, ernst nix, ernst nix, ernst nix. Der muss da hin, und da muss das Redstone Kabel da hin. Da muss der weg. Musst du weg? Nämlich, ach, musst du weg. So, musst du weg, bist du weg. So, na, 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 na. Ijejejejeje. So, und dann bin ich jetzt schon unten. Und muss ich so machen. So, und jetzt ist ganz viel in weg, wo ich nicht kann gucken. Muss sie weg. Naja, die sägt doch schon. Ist doch cool. So soll's sein. So, und jetzt muss ich mal eben gucken, wie ich die weiterbaue. Ich bin ja immer froh, jetzt hier Redstone Kram ist schon erledigt. Bloß nicht an die Säge kommen. So, schön Kabel verstecken. Ist ja immer doof, wenn man sowas sieht, sehen muss. Muss ja nicht sein, ne. Kann ich da einen drauflegen? Ja, kann ich. Machen wir da so ein bisschen massiver hier halt. Ist ja nicht so schlimm. So. Da darf auf jeden Fall einer hin. Da dann wohl auch. Ach, ich mach den mal hier auf drei. Autsch. Und dann mach ich den unten auch mal auf drei. Zack. Und dann ist die vielleicht nicht ganz so schnell, die Säge. Ja, war vielleicht auch ein Fehler. Ähm. Mach ich den. Oh Gott, das wird ja jetzt hier. Nee. Nee. Zwei. Auch nicht. Drei. Auch nicht. Auch zwei vielleicht. Auch zwei vielleicht. So könnte es ja vielleicht gehen. Das Timing ist immer ein bisschen doof. Äh. Vor allen Dingen, wenn man nicht so gut gucken kann. Und ich kann ja gerade gar nicht gucken. Na gut, okay. Lassen wir das so. Und ich muss, glaube ich, gleich mal irgendwann gucken, was denn Märchen und ähm. Das sieht doch sehr regelmäßig aus. Bewegt sich auch das Sägeblatt? Bewegt sich nicht? Nein. Nein. Timing ist immer so eine schwere Sache. Jetzt klingt es so, als ob sich beide bewegen, aber man mag sich da auch täuschen. Hm. Komisch. Komisch, 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 komisch. Machen wir es ein bisschen langsamer. Vielleicht geht es ja dann immer noch. Mal gucken. Oh, ich bin ganz schwindelig. Wenn ich hier jetzt noch länger im Kreis... ...ist... ...Geschmackssache, aber es ist vielleicht jetzt ein bisschen zu langsam, ne? Dann... Bei 1 war es so, dass es... ...irgendwann erloschen ist, aber so geht es ja vielleicht. So. So. Ah gut, bleibt es halt so. Okay, Redstone haben wir. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich kann gar nicht noch das, ich kann das nicht oft genug wiederholen. Ha ha. So, jetzt mache ich ja auch gleich erstmal Pause. Das war jetzt wirklich genug schweißtreibende Arbeit für mich. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich sitze hier tatsächlich schweißüberströmt. Und so, jetzt sollte es ausgehen, tut es auch. Weil das ist für mich also ungefähr so wie Dead Space zu spielen und das ist so eine Sache, die kann mich auch nicht so ewig lange machen. Also, nach zehn Minuten bin ich schweiß, äh, geht es mir nicht mehr gut. Geht es mir einfach nicht mehr gut. Nein, nein. So, und dann werde ich jetzt, äh, einfach mal auch, um mich wieder in den Kreis meiner Lieben zu begeben, einmal schauen, wo ist Märchen? Märchen sitzt, äh, am Tisch, äh, hier links neben mir. Ähm, tendenziell ist das sicherlich Richter. Gut, dann mache ich hier vielleicht weiter. Jetzt muss ich mal überlegen, der Rätsterung-Kram kann wohl wieder weg. Das könnte ich in den Ofen tun. So futtern habe ich die Pistons. Mh, bei den Pistons bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, Ah, nee, das ist vielleicht, nee, das ist ja doof. Ähm, den nehme ich mal. Jetzt habe ich da wahrscheinlich aber die Leitung da oben so gelegt, dass das, was ich jetzt vorhabe, gar nicht geht. Aber das kann man ja vielleicht auch ändern. Dann, 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 dann. Dann, dann. Dann, dann. So, zwei gelegt, äh, zwei weggenommen. So, aber ich glaube, das geht nicht, was ich hier vorhabe. Ich glaube, ich glaube, dass die sich jetzt doof verhalten, wenn man das Ding anstellt. Ja, wusste ich. Aber vielleicht, wenn man da keine Sticky Pistons nimmt. Ich glaube. Na, vielleicht macht man die auch beide nebeneinander. Und dann wechselt man die gegen Sticky Pistons einfach aus. Weil so ist natürlich ein bisschen doof. Ich mach das jetzt erst mal aus hier. Und, äh, vielleicht, äh? Na gut, okay. Wenn man es ausmacht, bleiben die unten. Ähm, vielleicht, leicht, 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 kann ich ja noch hier das auch jetzt mal eben gucken, wie viel ich wegmache. Die Leitung wird dadurch einen länger. So. Ähm, ist vielleicht auch irgendwie doof. So, mal gucken. Ach, der hier geht's ja gar nicht runter. Ich hab jetzt keine Ahnung, ob das irgendeinen Sinn hat, was ich hier gemacht habe. Ach, der kriegt jetzt gar keinen mehr an. Das ist ja auch süß. Aber der ist doch, äh, eigentlich, kriegt der doch. Wieso macht der denn nix mehr? Ach, der reicht nicht mehr, weil die Leitung einen länger geworden ist, ne? Mistig, mistig, mistig. Kann ich denn die Leitung noch irgendwie kürzen? Kann ich wohl nicht, ne? Mäh. Eins, zwei, eins, zwei. Zwei, eins. Doch, kann ich. Oder auch nicht. Mö, kann ich nicht. Ist in jedem Fall drei bis da. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? 14, 15. Ja, ist ein zu lang. Mist. Mist. Ja, dann, ähm, kann ich das hier wohl knicken? Tuck, 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 tuck. Na, da, 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 da. Na, was schleicht denn der Werder da so rum? Ach, der. Das sind aber komische Ghosting-Effekte. Das, äh, passiert auch beim 3D. Werder reitet auf einem Schwein durch die Gegend. Ach, okay. Okay. Jeha! Finde ich gut. Okay, ich muss mal eben wieder Fleischkartoffeln essen. Oh, es wird ja auch schon wieder dünkel. Habe ich heute auf YouTube gesehen. Das war allerdings nicht ganz so. Da ging es um Dinkelplätzchen. Und das war von Georg, oder Georg Malmsheimer. Aber am besten ist immer noch, äh, Butterbrot, heißt es, glaube ich. Wurstbrot. Märchen hat mich korrigiert. Märchen sagt Wurstbrot. Und Märchen hat recht. Ich habe Unrecht. Dafür lege ich mich jetzt schlafen. Jihah! So, och, wir sind schon wieder wach. Das ist ja fatal. Ich wollte jetzt gerade noch mein Getränk nachfüllen. Das mache ich jetzt auch noch mal eben kurz. Dafür muss ich an den Nebentisch mit dem Glas. Das ist ein bisschen so, okay. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Tra, di, di, dumme. Oh, oh. Märchen ist schon wieder da. So, ähm, wollte ich irgendwas am Baugerätschaften jetzt noch mitnehmen? Ne, ich dachte, ich denke, ich tue mal einfach so jetzt da so einfach unbedarft weiter bauen. Du, 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 du. Ah, gut, da sind natürlich Ziegel mit drin in der Mühle und da sind Ziegel und vielleicht wären beim Sägewerk dann die ein oder anderen Ziegel auch nicht ganz verkehrt. Sollte ich mir vielleicht noch mal überlegen, wie schere ich irgendwelche Ziegel? Und was mache ich jetzt damit? Ich wollte ja vielleicht pistens irgendwie hm ah, wenn ich da was hinmache, was hm Mist. Ich möchte wetten, wer da reitet wieder auf dem Schweinchen? Wie hat der sich so schnell hingelegt und wieder aufgestanden? Oder vergeht die Nacht, wenn man auf dem Schwein reitet, auch einfach wie im Flug, als wenn die anderen schlafen? Ich glaube, das müssen wir gleich auch noch mal machen. Wollen wir gleich mal einmal auf dem Schwein durch die Gegend reiten? Scheint auf jeden Fall Spaß zu machen, glaube ich. Wo ist er denn jetzt? Da! Na, kommt er jetzt im Wasserfall hochgeschwommen mit dem Schwimmschwein? Früher gab es Schwimmsflügel, heute gibt es Schwimmschweinchen. Ähm Aber ich finde das gar nicht so schlecht eigentlich, dass da die Dinger runterkommen, aber irgendwie klappt das ja nicht. Also lass mal das. Dann lass mal das halt. Drei waren es, glaube ich. Zack. Drei. Eins, zwei, drei. Und den machen wir eben weg da. Und den auch. Und setzen den mal neu, 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 neu. Und dann keine keine, ähm, irgendwie gearteten Pistons dahin, sondern ganz normal. Hier, das Holtz. So, okay, da muss dann noch irgendwas drunter, das geht ja so nicht. Ach, ich mag das. ja das ist nicht ganz synchron irgendwie ist der unten etwas früher manchmal aber ich weiß auch nicht ob man das ganz synchron hinkriegt ein multiplayer sieht es auf jeden fall noch komisch aus es ist nicht ganz in krone kannst du mal aus dem bild gehen so ok ja so vielleicht alles aus diesem komischen holz hier ist ja auch doof oder ja ich glaube alles aus dem holz ist irgendwie auch doof dann machen wir lieber wie bei kelturio ich will immer kelle sagen so gut kennen wir uns aber auch wieder nicht ich will immer kelle sagen deswegen wird er immer so eine verunglückte beim guten kelturio von weil ich eigentlich immer kelle aber wie gesagt so gut kennen wir uns dann auch wieder nicht die zäune habe ich weggetan juhu sehr schön gemacht herr sommer du hast die zäune weggetan hast du vielleicht irgendwo birkenholz sah sehr schön aus nein hast du nicht na gut okay hast du irgendwas was du brauchen kannst noch mal aus den lärm hier bitte 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 ich habe noch ein paar von den ja jetzt ist natürlich wirklich die frage ob man nicht doch mal so was wie vielleicht haben wir ja auch noch eventuell könnte ja sein so was wie so was wie wie bricks ach man ist doch nicht wahr haben wir noch bricks welche nickt hat also wahrscheinlich haben wir noch irgendwie 8000 brick blöcke irgendwo rumliegen märchen sagt nein dann werden es wahrscheinlich 11.000 sein und jetzt muss ich aber erstmal hier den dass auch tylko eine halle Wieso das denn wohl bitte, ne? Hallo? Geht's noch? Ey, hallo? Geht's noch? Ach man. Aha. Also wann die Blöcke wie gesetzt werden? Das muss mir echt mal jemand von euch verraten. Ich krieg es nicht geschissen in hier. Wann das irgendwie wo gemacht wird. Das ist doch nicht wahr. Den hab ich, okay. Wann werden Blöcke senkrecht gesetzt und wann quer? Mir erschließt sich die Logik nicht. Einfach. Das ist doch nicht wahr. Also eines meiner größten Probleme zur Zeit bei Minecraft. Auch schlimmer als Redstone ist es, Baumstämme richtig zu setzen. So geht's. Du, 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 du. So weit, so gut. So, wenn ich da aber wirklich so was wie Bricks hinmachen will, dann sollte das Holz da auf jeden Fall mal weg. So. Ja, ich glaube, Bricks sind gar nicht so schlecht. Aber da geht's ja nicht mehr lang. Und da oben muss ich mir noch ein geeignetes Dach ausdenken. Ja, da muss das hier natürlich auch, muss ja auch, hier muss ja, sag mir bitte, dass das hier alles okay ist. Ja, okay. Ich dachte gerade, das wäre jetzt hier abhängig von einem Half-Slap, den ich gesetzt habe. Und ich weiß gar nicht, gibt es Brick-Half-Slaps? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube eigentlich nicht, ne? So, jetzt brauche ich ja nur Bricks. Ja, es schreit ja quasi danach mal wieder nach Hause zu. Autsch! Nach Hause zu fahren. Mit der Bahn, nach Hause fahren, 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 fahren. Oh, mit der Bahn. Durchs Blumbeet. Märchen hat's nicht gesehen. Haha. Äh, im Bauernhof sind noch ein paar Bricks. Okay, äh, dann gucke ich da noch mal zunächst. Und ich glaube, ich hatte auch noch irgendwelchen Kistenschmarrn hier irgendwo in irgendwelche Kisten gepackt. Jo, ja, das sollte reichen. Bin ich, dass der hier so zuckt? Nee, das ist Märchen. Ja, die Kiste muss ich demnächst mal ausleeren. Brickies, 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 Bricks, 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 Bricks. Okay, und den Rest aus der Kette, die lasse ich mal eben da. So, okay. Und danach wird die Kiste Flux ausleert. Die muss ja auch wieder der Inhalt ins Lager. Und jetzt möchte ich doch, glaube ich, einmal gucken. Äh, im Bauernhof. Da, 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 da ist... Vielleicht hätte ich die Zäune doch bei mir behalten sollen. Ich habe mir gerade überlegt, statt Fenster sind vielleicht Zäune gar nicht so schlecht. Ich muss gleich sowieso erstmal schauen, wo ich die denn hinmachen will. Ja, wo will ich denn hier hinmachen, die Fenster? Ah, das war doch... Da war irgendwie das mit den Bricks. Da war der Half Slap. Aber ich glaube, das geht so. Müsste ich gleich mal testen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das so geht. Den machen wir weg. Den auch. Den auch. Und den auch. Okay. Nacht schlafen oder Monster jagen? Wir können in der nächsten Nacht... Da muss ich aber erst ein paar Sachen wegbringen. Und hier mal ein paar Fackeln verteilen. Irgendwie habe ich den Eindruck, das ruckelt hier gerade, wenn die Schaltung an ist. Hier, wohl. Mir egal. Ja, ich muss auf jeden Fall... Ne, diese Nacht können wir noch nicht schlafen, weil ich die Taschen irgendwie noch voll habe. Mit allem ein bisschen Zeugs. Und das wäre also ungünstig. Habt ihr mich gehört? Erstaunlich. Ich übersehe solche Sachen immer. Immer sehe ich solche Sachen nicht. Da kommt auf jeden Fall, kommt da eine Doppeltür hin, wie die das Holz da reinkriegen. Die ist mir auch noch ein Schleierhaft irgendwie. Die, 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 die. Ja, auf jeden Fall hier kommt... Oh, der Schalter ist da aber doof, wenn der Eingang da ist. Also muss der Eingang dann woanders hin. Ich renne jetzt mal eben zu irgendeinem Haus. Ich renne jetzt... Ich werde jetzt doch... Wie viele Betten sind wohl im Bauernhaus? Ist da eins frei für mich? Äh, da müsste eins frei sein, wenn ich Mäherchen richtig verstanden habe. Wir schlafen. So, da muss ich gleich mal meine Taschen leeren. Oh, und da muss ich mal eben gucken, welches Level ich eigentlich habe. Weil, vielleicht wäre es ja auch ganz sinnvoll, sich dann vor der nächtlichen Jagd... Noch mal eine Waffe oder sowas zu verzaubern. So. So, ich muss jetzt mal eben ein paar Dinge hier loswerden. Die, 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 die. Was? Hm? Mäherchen, sag mal, ich kann sie nicht verstehen. Musik ist zu laut. Da muss ich das mal Gesamtvolumen hier mal ein bisschen runterschrauben. Jetzt kann ich dann Mäherchen auch verstehen. Die hat bestimmt vorhin schon die ganze Zeit mit mir geredet. Ein kleines Volleyball-Match. Was? Hä? Wie? Wie Volleyball-Match? Hm. So, dann kann ich ja noch ein bisschen weiter bauen an der... Hatte ich nicht zwei Türen? Nee, hatte ich nicht. Aber ich habe hier bestimmt eine Werkbank. Irgendwo muss doch hier eine Werkbank sein. Da. So, ho, ho. Dann kann ich ja noch ein bisschen weiter an der... ...Mülde-Säge bauen. Irgendwo da war sie doch. Hallo, Creeper. Trau ich mich jetzt? Ja, ich trau mich. Nein, nicht explodieren. Nein, nicht explodieren. Wo war das Problem? Ja, der ist da gegen den Baum zurückgestoßen worden. Das war natürlich blöde. So, wo soll denn jetzt bitte der... Ich brauche mal die Schaufel. Ich muss hier ein bisschen was schick machen. Wieso war denn der da... Naja, ich meine, also es war schon wieder relativ klar, dass der hochgeht, weil er ja nicht hochgehen sollte. Die hören da ja immer nicht drauf, wenn ich da sowas sage. Und ist ja immer ein bisschen doof dann. Und es war auch irgendwie alles viel zu eng hier bei mir. Ja, nee, das nächste Mal höre ich da auf meinen Instinkt, der mir sagt, nee, hey, lass den Creeper erleben. Geh ihm aus dem Weg. Die Frage ist natürlich immer, klappt sowas? In der Regel dann ja auch nicht, ne? So, hier Tür, hier Tür, hier Tür, hier Tür. Zack. Und, äh, die sollten sie auch mal irgendwie stackable machen. So, zack, zack, zack. Äh, zack, zack. Zack, zack, zack. So, jetzt habe ich hier irgendwie eine Möglichkeit, zwölf Fenster reinzubauen. Machen wir Fenster oder machen wir... Machen wir, ähm, das ist ja Blödsinn hier mit dem... Mit dem Dingens hier. Das lassen wir mal auf, hier auf dieser Seite. Was natürlich auch die Tür ein bisschen überflüssig macht. Ähm, und eigentlich auch die Wand. Hm. Na gut, dann machen wir das halt so. Da hinten muss sowas wie eine Wand hin. Hm, damit die Leitung versteckt bleibt. Also, äh, ähm, äh, hier muss auch sowas wie eine Wand hin. So, eins, zwei, drei. Das ist okay, das ist okay. Habe ich auch nicht überlegt, ne? Sägen wir den Holzstamm einfach mal mittendurch ohne Platz. Und dann bricht er halt durch die... Nein, das war nicht gut überlegt. So, durch die Wand brechende Holzstämme sind ja auch ein Doof. Ja, ne, war nicht gut überlegt. Sieht jetzt nicht wunderhübsch aus, aber sieht nach Arbeit aus. So kann ich mir so... Ja, den ganzen Raum einen höher zu machen, wäre natürlich schicker gewesen. Von innen geht's aber. Ah, ne, ich glaube, ich mach das hier weg. Weg, 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 weg. Das auch, das auch, das auch, das auch. Und der auch noch. Nicht in die Sägel rennen. Vorsicht mit den Fingern und den Köpfen. Nicht, dass man sich die... ...Köpfe absägt oder den Finger. So, da kommt nachher ein Dach drauf und dann geht das schon. So. Okay, so ist das. So. Dann gibt mir nochmal... ...hab ich nicht mehr dabei. Shit. Ey, mal bin ich nicht ausgerüstet. Äh, ach so, das war der... ...das war der Creeper Hole, vermute ich mal. So, dann kann ich ja jetzt noch ein bisschen Erde hier wieder... ...reinsetzen. Es brennt, sagt Märchen. Wo? Wo? Da vielleicht ein Creeper hochgegangen oder so? Hier sind... Ach so, das Skelett hat ein Pfeil geschossen. Ja, manchmal... ...manchmal sind jetzt auch neuerdings Skelett-Pfeile so, dass sie brennen. In der Nähe habe ich übrigens gerade noch einen Creeper gesehen. Ich sag Märchen das jetzt mal so als Warnung, falls sie den nicht erblickt hat. Ja, Skelette schießen jetzt manchmal auch brennende Pfeile. Toll, ne? Ist das nicht schön? Das wird ja immer besser. Also irgendwann werden, werden die Mobs hier, glaube ich, auch gewinnen. Wenn jetzt auch schon Experience-Farmen nicht mehr richtig funktionieren. Näh? Wo ist das blöde Skelett? Märchen sagt schon wieder. Wo ist das scheiß Skelett? Wo ist das Skelett? Wo ist das Skelett? Wo ist das? Du kannst ja auf das Feuer schlagen einfach. Aber wo ist das Skelett? Ich sehe das Skelett nicht. Hm. Muss ja dann irgendwo hier in der Nähe sein. So, Feuer aus. Ja, Feuer ist aus. Aber wo ist das Skelett? Hm. 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 Oh, wer da trampelt durch die Saaten? In deinem Garten? Mit dem Schweinchen? Naja. Vielleicht findet er einen Weg nach draußen nicht. So. Okay. Jetzt muss ich ja den Baum ja noch wieder Heide flicken. Ich habe aber zu wenig Holz. Hm. Hm. Um...